Bei der Filtration des Harns ist die Niere auf einen hinreichenden Blutdruck angewiesen. Deshalb besitzt sie bei der Regulation des Blutdrucks auch ein Mitspracherecht. Und dieses Mitspracherecht bezeichnet man als RAA-Mechanismus, kurz für Renin-Angiotensin-Allisteron-Mechanismus. In der Niere findet man eine Struktur, die man als Juxtaglomerulären Apparat bezeichnet. Dieser Juxtaglomeruläre Apparat besteht aus verschiedenen spezialisierten Zellen. Zum einen aus der sogenannten Makuladensa, zum anderen aus spezialisierten Zellen, die das Vasaferenz, das heißt das Blutgefäß, welches das Glomerulum mit Blut versorgen, und zum dritten aus spezialisierten Inle-Gewebszellen. Der Juxtaglomeruläre Apparat misst permanent unseren Blutdruck im Vasaferenz und zudem auch den Salzgehalt, den Natriumgehalt des Urins. Sinkt der Blutdruck im Vasaferenz ab oder findet man eine niedrigere Natriumkonzentration im distalen Tubulus, wird hier im Juxtaglomerulären Apparat ein Enzym ausgeschüttet, welches sich Renin nennt. Des Weiteren reagiert der Juxtaglomeruläre Apparat mit der Ausschüttung von Renin in Stresssituationen, das heißt, wenn Katecholamine ausgeschüttet werden. Die Ausschüttung von Renin setzt eine Kaskade in Gang, die zum Zweck hat, den Blutdruck zu erhöhen. Renin wandelt nun ein Protein um, welches sich Angiotensinogen nennt und in der Leber gebildet wird und im Blut zirkuliert. Durch den Kontakt mit Renin hat das inaktive Angiotensinogen nun in Angiotensin 1 umgewandelt. Angiotensin 1 trifft jetzt auf eine Peptidase namens ACE, das sogenannte Angiotensin-Converting-Enzym. Das kennen viele vielleicht von den sogenannten ACE-Hämmern, also Mitteln, die gegen Bluthochdruck eingesetzt sind. ACE wird tiefach in der Lunge produziert, auch in anderen Geweben und in anderen Zellen, aber hauptsächlich in der Lunge. ACE aktiviert nun Angiotensin 1 zu Angiotensin 2. Angiotensin 2 hat nun mehrfache Wirkung. Zum einen führt Angiotensin 2 zu einer Vasokonstriktion. Das bedeutet, Gefäße werden enger gestellt, was eine Erhöhung des Blutdrucks sich zieht. In der Niere selbst wirkt Angiotensin 2 hauptsächlich auf die Gefäße, die vom Glomerulom wegführen, die sogenannten Vasa-Referentia. Dadurch, dass der Gefäßwiderstand in den Glomeruli erhöht wird, erhöht sich eben der Blutdruck im Glomerulom selber, sodass trotz verminderter Nierendurchblutung auch die Literation aufrechterhalten werden kann. Zum Zweiten bewirkt Angiotensin 2, dass in der Nebennierenrinde, in der Zona Glomerulosa der äußeren Rinde, ein Hormon freigesetzt wird, welches sich Aldosteron nennt. Aldosteron wirkt am Distalen-Tubulus-Apparat und führt dort zu einer Natriumrückretention. Es heißt, Natrium bindet Wasser und Natrium und Wasser werden zurückgehalten, sodass letztendlich das Blutvolumen steigt und dadurch auch der Blutdruck wieder erhöht werden kann. Hallel dazu aktiviert Angiotensin 2 auch den Hypophysen-Hinterlappen, in dem das Hormon ADH, das antidiuretische Hormon, gespeichert ist, dessen Ausschüttung wiederum zu einer Wirkung am Distalen-Tubulus-Apparat führt und zwar zu einer Retention von Wasser, das heißt also von Flüssigkeit, sodass auch die Ausschüttung über dieses Hormon vermindert wird. Um das Blutvolumen weiter zu steigern, aktiviert Angiotensin 2 auch unser Durstzentrum. Das heißt, wir bekommen Lust zu trinken und zudem auch Lust auf Natrium, das heißt also auf Salz. Die RAA-Kaskade wirkt also durch eine Kombination von Vasokonstriktion, das heißt Gefäßengstellung und einer verminderten Wasserausscheidung, das heißt erhöhtes Volumen im Gefäß, was wiederum zu einer Blutdruckerhöhung führt. Und dieser Blutdruckerhöhung im Besonderen betroffen ist natürlich ein diastolischer Blutdruck.